Ja, wenn der, wenn der, wenn der Wallrider jetzt im, im Spiel wäre, das wäre der Hit auf jeden Fall, ey. Ja, gute Nacht, Dürich. Äh, schön, dass du da gewesen bist, wie gesagt, willkommen zur Let's Play Live Show, schön, dass du da gewesen bist. Mach's gut, schlaf gut. Freitag und Samstag um 20 Uhr, Let's Play Live Show, schalt doch wieder ein. Morgen um 20 Uhr. Mal gucken, was wir morgen spielen, vielleicht bin ich ja heute Abend schon durch, schauen wir mal. Jetzt aber. Gott sei Dank. Wo muss ich lang, wo muss ich lang, wo muss ich lang? Was? Nein, er brennt. Was soll das denn? Ich wollte schon sagen, ey. Meine Güte. Boah, das war aber jetzt echt lucky. Das war echt lucky, ey. Oder locker. Auf jeden Fall. Alter, wie viele Aliens kommen denn hier? Ey, das gibt's doch nicht. Ey, ich hab doch draufgerückt auf den Flammenwerfer. Wenn da zwei Aliens... Alter, wie viele Aliens sind das denn jetzt mittlerweile? Ich hab hier zwei gezählt. Hab ich das richtig gesehen? Habt ihr das auch gesehen? Ich glaube, wir haben zwei gezählt. Kann das sein? Das gibt's doch nicht. Ja, ich kann auf jeden Fall The Evil of In auch empfehlen. Definitiv. Oh, das ist ein Daisy. Boah. Hey, everyone. Hey, and welcome to the Let's Play Live show. Welcome every Friday and every Saturday at 8 p.m. in German time. The Let's Play Live show. I hope you enjoy the show. My English is not very good. My German is not much better. And the facehugger, come to me. Yeah, burn, baby. Burn, baby, burn. Jetzt kommt the alien. Jetzt kommt the alien. Aber ich will da gar nicht langen. Kann ich auch anders gehen? Geht das auch? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich will anders gehen. Ich will anders gehen. Nein, 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 nein. Mann, ey, es gibt's doch nicht. Fuck. Denk daran, du bist im Nässe. Es wird also mehrere geben. Boah. Okay, guter Tipp. Das gibt's doch nicht, ey. Dass es jetzt so schwierig wird zum Ende hin. Ich hoffe mal, dass es das Ende ist. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, überladen Sie den Beta-Kern. Ja, super. Du sie, denk sie. Ja, es ist wohl wieder Paarungszeit. Ja, definitiv. Paarungszeit ist auf jeden Fall. Paarungszeit ist immer. Paarungszeit ist immer. Habe ich gerade bei Facebook abonniert? Vielen, vielen Dank dafür. Nehme ich später mal an. So. Schauen wir mal, dass wir das Ganze mal ein bisschen taktischer lösen hier. Ja, ich bin mir da. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube es ist weg, glaube ich zumindest Boah, speichern wäre geil, speichern wäre geil Trolololo, lolololo, trolololo Was? Alter, was war das denn für ein leuchtendes Alien? Was war das denn für ein leuchtendes Alien? Willst du mich verarschen? Speichern, 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 speichern Ja, ich will speichern Oh, liebe Leute Wir machen jetzt eine kleine Pause Und da geht's spannend weiter Es ist atemberaubend Ich hab keine Ahnung, da war ein leuchtendes Alien Glaube ich zumindest, dass ich das gesehen habe Ich weiß nicht, vielleicht mittlerweile macht mir auch schon der Alkohol Das Alkohol ist auch gut Der Alkohol so ein bisschen zu schaffen Und ich würde mich freuen, wenn ihr immer noch da dranbleibet Bleibet Bleibt Bleibet Dranbleibt In der Let's Play Live Show Denn jetzt geht's gleich weiter Mein Gott, fast 5 Stunden schon gestreamt Wir haben 0 Uhr 33 Und dann geht's gleich weiter Kleine PP- und Pupupause für euch Also bis gleich So Weiter geht's Ah, meine Güte So, speichern und weiter geht's Spannend Oh mein Gott Oh mein Gott, da ist der Server rum Da ist der Server rum Was, was, was Wie gut, dass wir gespeichert haben Prost Den Bot hat das Alien erwischt Oh, Alter Ist das eine Dramaturgie hier Meine Güte Wie schalte ich denn hier diese scheiß Dings ein Wie kein Strom Was Was Nein, oder Das glaube ich jetzt nicht Wo, wie, was, warum Wo muss ich hin Alter, wo muss ich hin 600 Nachrichten Ach, wir waren mal 600 Nachrichten Ist gar nichts Wir waren mal bei Bei fast 2000 Das war bei den guten Zeiten Von Outlast Alter, wo muss ich denn hin Alter, wo muss ich hin Ich will hin Ich will hin Alter, ich will hin nur raus Ich will hin nur raus Nur raus Wie, wo, was Weiß Obi Das glaube ich auch Okay, wir müssen auf jeden Fall geradeaus Aber das Alien ist noch da Genau, wir müssen auch noch in die Richtung, wo das Alien läuft Natürlich Warum auch nicht Ich habe auch nichts dagegen Dann laufen wir mal Brenn, brenn Alter, ich habe dich angezündet Alter, ich habe dich angezündet Was kann ich hier machen Was kann ich hier machen Ich kann hier nichts tun Warum nicht Fuck, warum kann ich hier nichts tun Ich bin noch hier Was will er denn von mir Ach, hier lang muss ich Ach so Schacht suchen Ich habe schon gesehen Da ist der Oh nein, da ist Strom Aktivieren Nein, bitte nicht Oh, und der Raum ist nicht groß Fuck Boah, bitte, ey Bitte, 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 bitte Boah, bitte, 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 bitte Jetzt wieder zurück Oh, da lief was Da lief gerade ein Alien Ach du Scheiße Da lief gerade ein Alien What the fuck What the fuck Geräusch Boah, mach fertig Mach fertig, mach fertig Alte Mach fertig Ich bin überhaupt nicht Ehe Eh 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 Ich hab das Gefühl Uuuhh Nein, 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 nein Nein, 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 nein Frame Du musst auf jeden Fall hier raus. Wo war der Ausgang? Oh, der fucking Ausgang, Alter. Alter, wo war der fucking Ausgang? Nein, ich muss auch noch da lang. Fuck, 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 fuck Komm mal, Fittig, mal Fittig, mal Fittig, mal Fittig, mal Fittig, mal Fittig. Boah, wenn ich jetzt sterbe, das wäre so mies. Das wäre so gemein. Was, was, wo, wo, wo? Boah! Boah, das wäre so fies jetzt gewesen. Ja, speichern vergessen. Wo, speichern vergessen. Wo kann ich nochmal speichern, fuck. Scheiße, ich muss links lang. Links muss ich lang, da kann ich auch speichern. Hi, Ninn-Jungs. Moin, Flex. Und Channel, hi. Boah, speichern, ich muss speichern. Ich muss speichern. Ich muss speichern, bitte. Bitte, 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 bitte speichern, bitte speichern, bitte. Ich muss speichern. Bitte, 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 bitte. Ja. Yes, yes, yes. Ja, 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 yes, 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 yes. Nein, nein, ich habe nachgeladen. Wieso kann ich nicht... Das wäre jetzt unser Ende gewesen. Wenn ich nicht gespeichert hätte, wäre das unser Ende gewesen. Gott sei Dank. Boah, meine Güte. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch allen vielen Speis. Ja, Gotox, viel Spaß noch. Schlaf gut. Oh, wieso hat er nicht nachgeladen? Wir haben noch Flammenwerfer-Munition aufgesammelt. Toll, ey. Was soll ich jetzt machen? Molotow? Ich lege mal hier ein, vorsichtshalber. Molotow-Cocktail. Wow! Verflucht, die Trophäe habe ich bekommen. Yeah. Oh, fuck. Scheiße. Mann. Wir haben keine Flammenwerfer-Munition mehr. Wie sollen wir die scheiß Alien denn noch wegkriegen hier von uns? Einzige wäre jetzt Molotow-Cocktail hier auf jeden Fall schon mal hinzulegen. Dann haben wir schon mal den Rücken gedeckt. Aber vor uns noch irgendwie was. Moment, warte mal eben. Es geht das Alien schon mal dahin, in die Richtung. Kann es hier sch... Nein! Was soll denn das? Wie soll ich denn da... Wie soll ich denn da vorbeikommen? Prost zusammen. Es gibt es doch nicht. Wie soll ich denn da vorbeikommen, wenn das Alien direkt um die Ecke steht? Das geht doch gar nicht. Nein, das geht doch gar nicht. Moment. Ah, sind ja mehrere Aliens, ne? Stimmt ja. Na toll. Ist ja... Bringt ja ganz viel Licht jetzt hier. Ähm. Flex hat immer Bier-Schub. Ja, auf jeden Fall. Prost zusammen. Das gibt es doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein, dass wir jetzt hier dauernd sterben. Das kann doch nicht sein. Und vor allem, wie können wir eigentlich hier das doofe Alien hier... Weil... Ich hab ja sonst nichts mehr. Den Bolzen, der toll. Komm her, ich mach dich fertig. Hallo, ich drücke X. Ich höre es. Ich höre das Alien. Aber ich sehe es nicht. Ich geh nochmal raus. Was soll ich denn jetzt hier machen? Hallo? Hallo? Was soll ich denn jetzt hier machen? Hallo? Hallo, wo soll ich hin? Hallo? Hallo? Was? 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 Was soll ich denn jetzt hier machen? Mann, verdammte Scheiße. Was soll ich denn jetzt hier machen? Mann! Verdammte Scheiße! Wo soll ich hin? Mann! Ja, natürlich hier lang wieder. Ist klar. Warum auch nicht? Ich hab auch sonst nichts besseres zu tun. Als wie hier. Ja, natürlich. Ach, fick dich. Fick dich einfach. Fick dich einfach. Fick dich. Voll der Back. Mann, fick dich. Mann, ey. Ja, mach's gut, Star Wars Maker. Ja, natürlich. Äh, morgen wieder. Gibt's doch gar nicht. Doch, Barolla. Ach, hier, fick dich einfach. Ey, das ist doch so asozial. Wie kann man das Spiel nur an dieser Stelle so asozial machen? Dass man, dass man nicht an jeder Ecke vielleicht mal ein bisschen Flammenwerfer-Munition hinlegt. Das kann doch nicht sein, ey. Das gibt's doch nicht. Aber wer mich kennt, ja, ihr wisst ja, mich stört das nicht. Prost zusammen. Der war der lustigste Bug ever. Aber ihr kennt mich. Mich stört das nicht. Bin ich ganz ehrlich. Auch wenn ich das hundertmal spielen werde. An dieser Stelle. Ist mir egal. Ich will's durchspielen heute. Ich will's unbedingt heute durchspielen. Und ihr seid mit mir. Ihr seid mit mir dabei. Hi Terminator. Ich grüße mich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wieso muss ich denn jetzt schon wieder zurück? Was soll denn der Dreck? Was soll denn diese Scheiße? Ich bin doch erstmal hier hingek- Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe dieses Spiel nicht, ehrlich. Der Motion Tracker zeigt mir, in diese Richtung muss ich gehen. Und jetzt zeigt mir, dass ich muss schon wieder zurück gehen. Ja, jetzt zeigt mir das Spiel überhaupt, dass ich wieder zurück gehen muss. Was soll denn der Scheiß? Du kannst mir erzählen, was du willst. Das ist doch scheiße. Gerade zeigt mir der Motion Tracker. Ich bin richtig. Jetzt zeigt mir das schon wieder, ich muss zurück. Was soll denn diese Scheiße? Jetzt steht der Alien gleich wieder vor mir. Ich seh's schon. Da ist es doch schon wieder. Ja, 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 da ist es. Ja, ja. Ja, ja. Hier, fick dich. Fick dich. Erst zeigt das Scheißdingen hier runter. Hier rein in diese scheißverfickte Huren-Scheiß, wo der Trafo da ist. Und jetzt zeigt es wieder zurück. Alter, da kannst du mal einen Doofen erzählen. Hier, Prost zusammen. Ach, guck an, Söckchen ist auch wieder da. Du hast gerade richtig eingeschaltet. Ich sterbe oft genug momentan. Weil die Spiele einfach nur nervt an dieser Stelle. Weil's einfach nur scheiße ist an dieser Scheißstelle. Ja? 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 W privacy is evil you've in, lets-play is geil. Ja? Freut mich dass sie gefällt. Meine Fress. Jetzt sterbe ich an meinen eigenen Molotow-Cocktail. Freut mich dass es dir gefällt. Das ist natürlich supi. Mann, ey, das gibt's doch nicht Ey, wie kann das noch sein, dass es so behindert ist? Das kann doch nicht sein, dass es so bescheuert ist, dieses scheiß Spiel an dieser Stelle Das kann doch nicht sein Oh, ich freue mich schon auf andere Leute, die das Let's Playen, die an die Stelle kommen Die an diese scheiß verfickte Hurenstelle kommen Da freue ich mich schon drauf, ehrlich Ach nee, jetzt zeig doch auf einmal das scheiß Dings hier hin Ah, wo muss ich denn hin? Jetzt zeig das nirgends mal mehr hin Dieses scheiß verfickte Huren, scheiß Let's Play Ach, Let's Play, dieses scheiß verfickte Huren, Navi Jetzt zeig ich es wieder zum Aufzug Soll ich mich verarschen, oder was? Ach hier, hier, hier oben Hier oben, jetzt fahre ich mit dem scheiß Aufzug wieder runter Und dann stimmt es gleich wieder nicht, oder was? Mein Gott Hi Separus, willkommen zur letzten Live-Show Hey, Paul Rocco Du gehst jetzt erstmal schön Ja, bannen Oder wer geht denn bannen? Wer ist denn hier eigentlich fürs Bannen zuständig? Muss ich das alles selber machen? Ich verstehe es einfach nicht Es gibt es einfach nicht Ja Ha, Eskalation Mein Gott, ich hab ein schönes Lied Das heißt Eskalation Schön Remix Ähm Mein Gott, ey Paul Rocco Ja, du bist gebannt Ich weiß gar nicht, was die anderen hier meine Mods machen Warum die einfach nicht bannen Bei sowas sofort Bannen Aber die passen nicht auf Die hören lieber auf mich und gucken über das Let's Play auch gleichzeitig Oh, okay 880 wird auch gemannt Alles hier unten wird dadurch zerstört werden Ich versuche nicht, sie davon abzuhalten Ich fände es nur gut, wenn sie nicht draufgehen würden So sieht der Plan aus Es gibt zwei Notfallschallkreise Die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen Wenn ich sie abkopple und das System entlade Wird das Nest dadurch zerstört Ich hab keine Ahnung, was sie gerade gesagt haben Halten sie sich einfach gut fest Halten sie sich einfach gut fest Wow Alter, alter, fick dich Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Alter, fick dich einfach Was muss ich denn machen?